Musik Los geht's mit einer neuen Folge vom Zimmerduell. Wer von euch ist nach den Trainingseinheiten noch kräftiger? Der erste Punkt. Jawohl. Wer von euch beiden ruft häufiger seine Freundin an? Hast du schon mal angerufen? Kann mich nicht erinnern. Mach ich aber, wenn du draußen bist. Ich dachte, ihr. Der zweite Punkt. Wer von euch hat mehr Freunde in Hamburg? Boah, also sind wir vollständig. Noch ein Punkt. Wir kennen uns auch schon länger. Wir haben dir gar nicht erzählt, ne? Wir haben auch schon mal Pauli gespielt, sechs Jahre. Seid ihr noch beide häufig in Hamburg? Jo, ja. Regelmäßig. Das hört man gerne in Bremen, ne? Ja. Nee, wir fahren meistens nur durch. Wer wird auf der Reeperbahn eher erkannt? Boah, Lenny. Ich hab da schon mal so ein paar Frauen getroffen, Alter. Ja. Ein Punkt für euch. Wer bleibt länger am Esstisch sitzen? Das sieht mir abgesprochen aus. Nee, weil das ist einfach so. Lenny ist immer schnell weg. Der Zimmer haltig. Und was machst du noch? Der Lukas hält mich immer auf, weil der will immer noch einen Kaffee trinken und den muss ich auch sitzen bleiben. Dann trinke ich immer noch einen mit. Cappuccino oder Kaffee? Ah, Cappuccino. Kaffee ist nicht mal. Das ist so dumm. Wer ist pünktlicher? Noch ein Punkt. Hey. Aber wir sind beide, man muss sagen, wir sind beide Pünktchen. So. Kann man das auch schon gut spielen? Ja, ne? Wer von euch beiden spielt besser FIFA? Jetzt haben wir noch nicht gegeneinander gespielt. Das wird schwer. Ja, aber. Erstmals uneinig. Hey, was? Du hast noch nie FIFA gespielt. Ich spiele, aber ich bin nicht so gut. Nein, das war natürlich ein Punkt von euch. Ihr wart beide richtig. Wer von euch gewinnt das Armdrücken? Ja, ich bin Linkshänder, erst Rechtshänder. So. Haben wir schon, dass es so kann nicht funktionieren. Wer würde es gewinnen? Mit welcher Hand? Erst links. Ich sage es ja. Okay, euch macht keiner was vor. Ich merke schon, das geht hier in die letzte Runde. Wer bestimmt das Fernsehprogramm auf dem Zimmer? Boah. Ich habe so eine Schicht. Ja, ich auch. Ich hoffe. Wieder richtig. Hey, 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 hey. Wer ist der Boss? Einiges ist die Einfluss. Hast du auch bei's? Ja. Ja, ne. Neun Punkte. Ganz knapp gescheitert. Letzte Frage war nichts. Ging nicht. Ansonsten. Wir müssen gesagt nicht lügen, ne? Toll. Letzte war gelogen von Lenny. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Tschüss.